Und solange der nämlich da so rumwuselt, können wir das vergessen mit dem Götzen. So, Schmelzerkeim benutzen. So. Au. Komm, lass mich raus. So. Gut, wir haben den Götzen. Das heißt, wir können uns jetzt mit dem da anlegen. Au. Oder auch nicht. Übrigens lustig, dass er keinen Kopf hat. Gut. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja. Kombo ist unfair. Ja. So, genau. Hau auf dem Boden vor dich. Da bin ich nämlich zum Glück nicht. So. Und dann gucken wir uns die Außenbereiche mal an. Hier steht sicherlich Hurra für Rollen, oder? Versucht Trio. Naja, weil hier drei... Oh, ganz schön viele Titanitscherben. Ein versteinertes Etwas. Und ein Breitschwert plus sieben. Hm. Nett. Vorsicht vor Rollen. Kurz gesagt, Loch voraus. Flammenschmetterling. Und da drüben ist was. Vorne rechts. Ja. Ich weiß gar nicht, ist mir das jetzt mal aufgefallen oder nicht? Der Lebensring plus drei. Brauchen wir nicht so wirklich. Titanitscholle und drei Titanitbrocken. Das ist natürlich nett. Ein paar Brocken zu kriegen. So, aber mehr ist hier auch nicht mehr, soweit ich weiß. Nein, nur der Tod. Hurra für Rollen. Ja. Gut. Jetzt warte ich mal, bis der Aufzug wieder hier hochkommt. Dass wir auf den aufspringen können. Dann gucken wir mal, was wir von hier aus noch erreichen können. Also ja, den Ort da drüben. Wow, ganz knapp. Spontorn des Pilgers. Ja genau, das ist wieder ein Speer. Ein von den Pilgern und Kriegern genutzter Spontorn. Ziemlich abgenutzt von den vielen Abenteuern, die er sicherlich erlebt hat. Ein Speer, der auch als Beschleuniger für die Zauberei dient, weil sie zur ersten Wahl leicht reißender Pilger macht. Also ja, ich kann ihn mal kurz anlegen. Oder auch nicht, weil ich nicht genug Int hab. Okay. Das Problem ist, ich komm von hier aus nicht mehr so leicht zurück. Oder doch. Und von hier aus kann ich mal hier hoch. Und mal hier runter jumpen. Achso, hier komm ich nur hier hin. Das ist eigentlich uninteressant. Da war ich ja gerade eben. Da hab ich den Spontorn gefunden. Ich würde aber gerne jetzt wieder hoch. Und hoch komme ich hier. Ja, das da unten war einfach nur zum Trollen, wo ich gerade runtergesprungen bin. Wenn, dann will ich hier hoch. Nur bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da hoch will. Na, ich weiß, da oben gibt's was ziemlich schweres. Na, danke. Ich muss auch natürlich wieder noch ganz nach oben. Ja, da ist verschlossen. Das heißt, wir können nur auf der anderen Seite weiter. Naja, und verschlossen ist gut. Da komm ich nur nicht zu dem Aufzug, wo ich gerade gemeint habe. Wo das Schlimme nachher auf uns wartet. Oh. Hier wird mal flambiert. Nein, hier wird mir erst mal aufgespießt. Genau, mach den Wirbel. Wow, das war knapp ausgewichen. So, fliege einfach mal in die Luft. Das ist immer noch am effektivsten. Hurra für Rollen. Hurra für Rollen. Nein, hier ist auch nichts versteckt. Hurra für Rollen. Okay. Ich seh dich da hinten. Das hat leider nicht getroffen. Wow. Äh, okay. So, etwas zurückziehen. Danke fürs Sterben. Ja, das da ist blöd. So, verbrennt. Okay, da oben ist gerade was in die Luft geflogen. Das soll mir recht sein. So, weg mit dir, dass du nicht mehr nervst. Na, da ist ja der Loot gerade toll liegen geblieben. Einmal kohleartiges Harz. Zufall. Lügner voraus. Wahrscheinlich, dass da eine Wand ist. Eine unscheinbare. Hier ist auch keine. Und hier ist, glaube ich, eine Truhe mit was drin. Natürlich ist da was drin. Ja, genau. Die vier Schmelzerkeile, die ich noch brauche. Arm. Wie viele Schmelzerkeile habe ich jetzt noch? Ähm. Sechs. Okay. Ah, das heißt, da können wir nicht weiter. Das heißt, runter zum Leuchtfeuer und dann zurück nach... Oben eigentlich. Weil das hier kennen wir ja alles bereits. So. Reisen wir... Zum Thron Geschoss nach oben. Das ist auch lustig, dass wir oben beim Thron anfangen und uns nach unten arbeiten. Genau, da drüben will ich hin. Da drüben will ich erst mal sie hier. Guck mal kurz da, was da ist. Guck mal kurz da, was da ist. Und rolle hier durch. Und ja, auf der Seite gab es noch was. Unheilvoller Vogelring. Achso, der erhöht meinen Block. Verringert den Ausdauerverlust beim Blocken mit dem Schild. Da ich nicht wirklich was habe, was ich stattdessen dafür abgeben möchte. Da ich eh ziemlich wenig Ausdauer verliere durchs Blocken. Wow. Ja, ich höre hier, sie ist hier schon wieder labern. Weil es hier irgendwo noch eine gibt von ihr. Äh, ja. Da bin ich jetzt falsch. Ich möchte gerne wieder hier hin. So. Ja, und es bleibt eigentlich nur noch der Weg nach unten jetzt. Aber vorher noch mal Chola zu sehen ausgeben. Zum einen dürfte ich genug graue Brocken haben, um wieder was abzugraden. An meiner Rüstung. Ich könnte zum Beispiel dich hier auch noch verstärken. Ja, warum nicht? Dich brauche ich nicht. Ihr braucht alle Brocken. Ja. Ja. Ja.